Musik 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 Hast du nicht das rote Zeichen über meinem Kopf gesehen? Nein! Wir haben öfters aneinander vorbeigelaufen Oh Nein, in der Waffe Oh Aua Welcher Penner das fasziert Aua Perry Na Luca Na Till, Till du Penner Du bist so ein Sack, ne Jetzt kann jeder von mir schreit kommen Ich hab Perry angeschossen Oh Nein Das ist doch wirklich jemand gestorben Dizu hat mal geschickt einen Abgang gemacht Till nein Nein Till Till hör auf Na Hure Ich war das nicht Aber es ist cool He 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 Was wirfst du denn auf mir? Ich bin so gut wie tot Hat jemand dieses komische Gerät Oh No-Skiller ist es No-Skiller schießt mit der Newton-Garn auf mich Wo ist No-Skiller? Oh oh Fakt Mann meio Most Oh oh Angere 10 Hahaha H buenas Weivan Sendet Vergabe Beide schießen es erst mit den Newton-Garn auf Das Ding ist so OP auf der Map Uiiiiiii Huiii Uiii Platsch Herr Bist du denn nebeneinander? Oh, er liegt ziemlich nah nebeneinander Außer ich schieß Perry an, der sagt nix so Ich dachte, ich töte Perry und dann hat er das überlebt und ich sag einfach so Oh, ich hab Perry angeschossen Die Map ist noch nicht komisch Was passiert wenn man die Schleuser öffnet bei L1? Dann kannst du da rein Das ist ein offenspot Dauert aber mega lange Ja mal, bist du jetzt offen? Na Perry, hier ist nix, lass mal gehen Oha, Luca Luca Ah, Perry Hier ist Luca Hier ist Fabi Ey, wo kommst denn du auf einmal her? Wie, wo komm ich auf einmal her? Wo soll ich herkommen? Ich komme hier aus der Decke, hier unter Oh, okay Sag mal hier fest, Perry Fabi, ich bin für eine Hände in China Ah, okay, okay, sorry, sorry Ey, wer hat da was aktiviert? Hey, und ich weiß nicht Achso, dann hab ich das doch nicht Ich weiß, was das war Ich weiß, was das war Ich hab die Scheibe zerschossen Deswegen Loll Alter Loll Nein, ich will sterben Nein, ich will sterben Nein, ich will Lass mich nicht mit dem Scheiß da Aber ich hab irgendwie keine Patronen in meiner Pistole Lauf dir ruhig her, der Herr Aber schießt Ey, er brauchst ruhig zu töten Oh, fuck, fuck Fuck, fuck Was ist das denn? Fuck, fuck Oh mein Gott, ey Ich hatte das Ich hab keine Patronen in der Hand Du hast ein Schild in der Hand Das ist doch keine Pistole, man Ich hab die Scheiben zerschossen Wie die Scheiben Dann scheiß zerschossen Dann sind wir ins All geflogen, Pell und ich Ja, ich bin auch ins All geflogen Welche Scheiben denn? Das war echt toll, dass da keine Patronen in meiner Pistole waren Aber so, Hauptsache Ich glaub, die haben so ein Dementer Und der so Wer ist das? Wer ist das? Hallo? Ja, das sieht man durch das Schild nicht Man sieht durch das Schild den Namen nicht Ich hab hier runtergeguckt Ja, Hacker 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 Aber wir wollen ja ohne hacken Ist so Ich dachte, die Franzosen wieder zu hacken Die Franzosen können sowas gar nicht leisten Ja, weil die sollen das nur verlieren können Im Zweiten Weltkrieg gab es sowas zum Glück nicht Da konnten die nicht hacken Ja, klar Da gehen wir jetzt wieder runter Irgendwie war das Glück nicht so Luca, ich glaub du bist nicht da Da ist, ich hab grad den Incidery gezündet Hast du gedacht? Die Regierer runtergeguckt Nein, nein, ich falle, nein Jawohl, war ganz schön gegnet Nein, boah Uiuiui Ich bin Schossett, oder? Ich glaub, weil... Der Incidery? Der Incidery? Aua, 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 aua Aua, aua, aua Aua, aua Hätte ich nicht die prüfen sollen Weiß nicht, aua, aua What the fuck Wie wird die ganze Zeit irgendwas... Wir sind offen, oder? Wir sind offen, oder? Ich glaub ich bin die... Oh, da schießt einer auf dich, Nosekel Na deso Na, wer schießt? Ein, der hat auf Nosekel geschossen Wollte gar nicht so hoch gehen eigentlich Von wo? Von da unten Meine Fresse Ach, da unten Ach so, da unten meinst du Oh Oh Hallo Wer schießt denn die ganze Zeit? Ich weiß nicht, von da unten hat einer geschossen Perry, auf was schießt du? Perry hat geschossen Was hast du geschossen? Der hat auch ne Autosniper Okay, jetzt glaub ich echt, dass er Perry ist Aber du hast geschossen, ich weiß das ganz genau Ich hab's sogar gesehen Also Perry Ich... Warte doch mal, lass mich doch mal Perry hat die ganze Zeit hier gewollert Okay Was der denn? Perry war echt innocent Ähm, also irgendwie Aber Perry hat geschossen, du hast das auch gesehen Äh Ey, ich würdste sterben Ich bin mir nicht sicher Ob ich das verklauen können Deso ist es Ja, Mails und Deso sind das Weil ich alle im Blick hab und ne Bombe höre Die nur du gelegt haben kannst Hä? Der war bei deinem Schrank grad eben auch mit mir Ja, Deso ist es Wo sollen die bitteschön sein? Ja, dann ist es auch Mails wenn du Kass nicht ist Oh, oder ich hab Verlazination Alter, ich hab nur gerade Perry getötet Weil der hier rumgeballert hat, wie verrückt Ja Ich, ich trau dich, ich trau dich ja nicht so Ich auch nicht Ich glaub Mails ist es Oder Till Mit dem Shot ganz schnell weg von ihm Wo ist denn diese? Ich glaub Mails ist das der Stratz denn LOL Mails ist nicht mehr gestorben Ja, identifizier den doch mal Was mit der Kohlen Gang jetzt? Ja Oh mein Gott Von der anderen Seite Ja, kein Mails ist es Ja, dann ist der andere Deso Wenn Till sich so erschreckt hat Wo hätt ich der Schuss nicht getroffen, ne? Ich hab einfach nur gewartet, dass der Erste von euch stehen bleibt Auf den hätte ich geschossen Also Deso ist unten im Schacht Luca? Ja? Ja Ja, Deso ist es, der hat hier Bomben platziert Ja, hier piept doch irgendwo eine Bombe Der ist unten im Schacht drin, ja Der ist unten Der hat mich gerade angeschossen Ah, sorry, 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 sorry Ähm, im Schacht nach oben, ne? In diesem Luft Im Luftventilschacht Da ist, ähm Da sind Tripmines platziert Hier sind Tripmines Hier ist auch einer Hier ist auch einer Was auf der anderen Seite Das hier ist auch was auf der anderen Seite Die kaputt waren Stell dir mal vor, du wärst da durchgeflogen Das ist ja richtig scheiße gewesen Oh, guck mal, Fabi ist tot Jesus Tod Also, wo? Du hast denn krass endlich gestorben Ich hab mir jetzt die Sache besitzt Unglaublich Ey Luca, glaubst du dem Matze auch noch weißt du? Ja, du hast halt geschossen, Perry Der Perry hat zweimal geschossen Da muss ich ja Schäfscheit Nein, ich lauf nach unten Matze, falls du das nicht mitbekommen hast Golden Gun, darfst du jene anschießen mit, ne? Die töte Traitors One-Hits Wenn du aber keinen Traitor triffst, dann stirbst du selber Rörf deine Waffen weg, Fabi Komm mit, Fabi Mena hab ich hier gerade reinlaufen sehen Du hast die Waffen weggeworfen, ne? Ja Du hast ne neue Waffe Läuft die weg Komm mit Ja, Till und Perry, Till und Perry Komm mit Oh, Perry Warte, ich geh mal kurz ne Waffe Und um Perry zu tun Neeeeeein Jawohl, Fabi, nice aim Hahahaha 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 Ehhache Hahahaha 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 Was ist passiert? Ich will jetzt zu gerne wissen, was passiert ist. Das ist ne Bombe, ich will nicht in die Bombe laufen. Oh mein Gott, die ist... Oh mein Gott, ey. Die ist der beste Mann. Hier wo ich bin, wie kommt man hier eigentlich raus? Also, wie kommt man hier eigentlich hin? Ist die Bombe da hinten schon kaputt? Fabian fahren Neujahrs. Der Fabian zieht da irgendwo Bomben. Was soll ich denn machen? Ich hab keine Waffen anhanden. Das Ding hat auch keine Munition. Oh, der hat zwar nicht genug Munition. Was ist das denn? Ja! Nein, nein! Nein, nein, Mann! Mein Gott, Alter! Harry, hattest du mich gesehen oder so? Hey, du bist so ein Held, dass du das einfach schießt, ne? Aber doch dann auch! Nein, du läufst noch extra dran! Jawoll, du bist... Ey, ich guck so, ich seh so Perry da langlaufen, und dann ich so... Der hat ja nen Crossbow! Geht drauf, schießt du! Ich will die Woche nicht! Ach Deezu, ey, du bist mein Held, ne? Die sind schon für der Beste, ey! Wir hatten uns aber beide nicht gesehen, oder hast du nur drauf gewartet? Ey, die musst du doch gesehen haben! Ne, ich hab den wirklich erst gesehen, als er rechts da an meiner Seite vorbeigelaufen ist. Endlich draußen! Doh, nice, good is it! Aber der ist ja anscheinend auch am Laden, weil... Ich erwähnte meine Schuhe da auch! Das Spile-Ding, das dreht sich die ganze Zeit! Was aufgerangen hat sich's nicht! Mucker will mich töten! Dann starte einmal neu! Dann mach ich das mal wieder vor! Aber wir brauchen hier einen Quoten von zu holen! Hi! Harry! Hallo! Haha, wie bist du da hochgekommen? Achso, da ist ne Treffer! Ja! Ich bin der Richter, ich bin Detektiv! Wollen sie Wassermelonen in Kauf gehen? Ey Mucker, wenn du da reingehst, dass die drin bleiben! Echt? Ja! Wollen sie Wassermelonen hin? Hihihihihihihi! Ich bin der Kuh-Dichter! Geh mal den Traitor jetzt mal! Oh fuck, ich bin doch Traitor! Mann, ich hab keine Munition mehr! Ich hab nirgends nur Munition gefunden! Mein Gott ey! Es fehlt der zweite Traitor! Wir brauchen einen verlässlichen... Was kannst du eigentlich? Ah, wie gesagt, die Map, die mag mich jetzt schon! Ich hab jetzt neu gestartet! Was kannst du eigentlich? Bin ich Fabi! Was du kannst, hab ich dich gefragt! Ob du was kannst, wurde gefragt! Ah! Wenn der verletzt ist, dann wandertest du ihn! Was kannst du denn? Till! Oha! Ja! Hallo! Ich glaub, die Map ist hinter mir! Das ist Luca! Mie 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 mie! Oh, da ist Till! Hallo Till! Ähm, bist du in Map? Okay! Till ist Detective! Till ist cool! Till, darf ich bei dir bleiben? Nein! Oha! 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 Geht mal, wo ihr seid! Geht mal, da gibt's so nen kleinen... Oha! Was denn? Geht mal, wo ihr seid! Da ist so ne Tür! Öffne die mal und geh mal da oben in den Schacht! Oha! Ey, wo ne Tür, hä? So ist das Space Station! Wir sind Weltall! Oha! Das ist ein Planet! Oha! Man kann hier so ne Schleuse öffnen! Ich bin bei Schleuse A1! Hä? Ich bin jetzt schon zum dritten beim Kreis gebraucht! Hä? Wir sind auf fünf Kreis! Ach da, die Tür! Oho! Was passiert hier? Bin aber ziemlich schnell unterwegs, ne? Ja! Ich will auch! Wie seid ihr homos? Luca ist es! Auf Wiedersehen! Nein, ihr Nutten! Nein! Aber ich möchte testen! Aber ich möchte testen! Wir müssen ja nicht die ganze Map benutzen! Aber ich möchte die testen! Oh, das ist aber echt riesig, hä? Das ist nebenbei eine Dings-Map, glaube ich! Eine ganz normale Map zum Zocken! Das ist nicht ein Bomben-Spot! Yo Leute! Ich hoffe das Video hat euch gefallen! Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da! Oder kommentiert das Video! Hier oben habt ihr jetzt nochmal ein DayZ-Video und unten den letzten TTT-Part! Haut raus! Prost! Prost! RPM